Ingrid Dye ist Ihre Steuerberaterin in und um Essen. Wir bieten Ihnen ein breites Leistungsspektrum. Von Steuerberatung für Firmen und Privatleute, Finanz- und Lohnbuchhaltung und Unternehmensberatung bis zu Steuererklärungen für Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatz- und Gewerbesteuer. Unser engagiertes Team setzt sich gerne für Sie ein. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017